Siebtes Mantra In Klammer Warum verschwindet diese Falschheit nicht, obwohl ich doch allem Sinnesgenuss entsage? Der folgende Vers geht darauf ein. Mein Geist, wie soll reine Liebe in unser Herz kommen, wenn eine unreine Frau dort schamlos tanzt? Der Wunsch nach Ruhm und Ehre. Deshalb erinnere dich an die mächtigen Generäle in Krishnas Armee, die geliebten Geweihten des Herrn, und diene ihnen. Sie werden die Unberührbare vertreiben und den Strom der Liebe zum Fließen bringen. 1. Trishtha, Shvapaka, Ramani, Pratishthasa Der Wunsch nach Ruhm und Ehre ist eine dreiste Hundeesserin. Obgleich alle anderen Untaten schon beseitigt sein mögen, sitzt der Wunsch nach Ruhm und Prestige hartnäckig in uns fest und wird zum Nährboden für Falschheit und Heuchelei. Diese Geltungssucht wird als schamlos bezeichnet, Denn obwohl sie die Wurzel allen Übels ist, gibt sie das um keinen Preis zu. Man vergleicht sie mit einer Chandalini, einer Unberührbaren, die es gewohnt ist, Hunde zu essen, da sie nach dem Hundefleisch von Ehre und Schmeichelei giert. Ehrsucht oder Geltungssucht zeigt sich in verschiedenen Sadakas verschieden. Der Moralische will als tugendhaft, großmütig und reingelten. Der Gottergebene glaubt, ich bin Gottgeweihte, ich habe verstanden, wie die Welt funktioniert und ich mache mir nichts aus sinnlichen Freuden. Und der Entsagte denkt, ich bin strikt und entsagt, ich verstehe die Schriften und meine Hingabe ist beispielhaft. Solange die Gier nach Ruhm und Ehre nicht verschwindet, verschwindet auch die Heuchelei nicht. Und solange Heuchelei im Herzen verbleibt, kann echte Liebe dort nicht einziehen. 2. Nirmala Sadhu Prema Reine göttliche Liebe Was Prema genau bedeutet, erklärt Shri Rupa Goswami im Bhakti Ras Amarita Sindhu 1.4.1 Wenn Anziehung zu Krishna, Rati, sich vertieft, wird das Herz des Gottgeweihten weich und beginnt zu zerfließen. Dann kostet er grenzenloses transzendentales Glück und ist überzeugt, Krishna ist mein. Gelehrte beschreiben diesen Zustand als Prema. 3. Brabhu Daita Atula Samanta Die unbezwängbaren Heerführer in Shri Krishnas Armee Von wem ist hier die Rede? Brabhu Daita bedeutet Diejenigen, die dem Herrn nahestehen. Das Wort Atula bedeutet unvergleichlich und Samanta wird mit Adjutant oder General übersetzt. Die Aussage ist Diene den reinen Gottgeweihten, Krishnas mächtigen Adjutanten. Sie sind die Vertrauten des Herrn und ihre Barmherzigkeit ist beispiellos. Weil sich die Strahlen von Krishnas Freudenenergie im Herzen reiner Vaishnavas widerspiegeln, können die Vaishnavas diese Energie ihrerseits auf vertrauensvolle Sadakas übertragen. Wenn das passiert, verschwindet alle Bosheit, Falschheit und Heuchelei aus deren Gesinnung und Liebe, wie sie in Vraja gelebt wird, manifestiert sich. Das ist der Grund, warum das Padma Purana die Verehrung der Vaishnavas höher einstuft, als direkten Dienst zu Gott. Wie wird die Freudenenergie übertragen? Sie überträgt sich durch Vaishnavas. Wenn man sie umarmt, wenn man Reste ihres Essens isst, wenn man Wasser trinkt, das ihre Füße gebadet hat, oder wenn man den Staub ihrer Lotusfüße auf den Kopf nimmt, oder auch durch ihre Worte. Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Paratharam Devi Tadiyanam Samarjanam Padma Purana Sri Mahadeva sprach Liebe Parvati, die Verehrung Sri Vishnus ist das höchste Prinzip, aber noch höher steht die Verehrung seiner Geweihten. Srimad Bhagavatam 3.7.19-20 Wer Krishnas Geweihten dient, erntet Liebe für Krishna selbst, vollkommene, unvergängliche Liebe, und nebenbei wird er endgültig vom materiellen Dasein erlöst. Für Menschen mit kümmerlichen religiösen Verdiensten ist es sehr schwierig, den Vaishnavas zu dienen. Und im Sri Chaitanya Charitamrita Antja 16.60-61 Der Staub der Lotusfüße reiner Gottgeweihter, das Wasser, mit dem ihre Füße gewaschen werden, und die Überreste ihres Essens, diese drei sind außerordentlich mächtig. Wenn man diese drei Überträger der spirituellen Freudenenergie wertschätzt und ehrt, kann göttliche Liebe für Krishna das Ergebnis sein. Wiederholt geben die Schriften Zeugnis davon. Sri Rupa Goswami schreibt dazu, Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.219 Bisher wurde erklärt, auf welche Art und Weise man Krishna dient. Die meisten dieser Praktiken sind jedoch auch auf Krishnas Geweihte anwendbar. Das ist die Ansicht von Gelehrten, die mit Bhakti-Grundsätzen vertraut sind. Rupa Goswami, als er die fünf mächtigsten Bhakti-Praktiken aufführte, eine davon ist Gemeinschaft mit Gottgeweihten, erklärte, dass diesen fünf gewaltige Kraft inne wohnt. Praktisch auf der Stelle können sie erste Gottesliebe in einem Menschen erwecken, der einfachen Herzens ist. Dieser muss noch nicht einmal Vertrauen in Gott oder in Bhakti zeigen. Als Beweis zitiert er das Beispiel eines Mannes, der ahnungslos einem Heiligen begegnete. Ich weiß nicht, wieso, doch seit mein Blick diesen eigenartigen Fremden streifte, ist mir mein geliebtes Heim gleichgültig geworden. Der Körper des Fremden war durch Nest von Tränen, seine Haare streuten sich vor Ekstase und er stolperte bei jedem Schritt. Im Banne irgendeines überweltlichen Glücks zitterte er wie im Fieber. Dieser Vers wurde von Sri Mukunda Das Goswami kommentiert. Aus den Worten Trisho Kajam Yavad Seit mein Blick entstreifte, kann man Schluss folgern, dass der Sprecher dem Sadhu nur kurz begegnete. Obwohl offensichtlich die Begegnung mit dem Heiligen der Auslöser war, wunderte er sich über den jenen Sinneswandel in sich. Das beweist, dass er von der Kraft Gottes und seiner Geweihten keine Vorstellung hatte. Und Iha Krihe Nabi Ramata Haus und Hof sind mir gleichgültig geworden, lassen darauf schließen, dass Bava Liebe zu Gott in ihm erwachte. Denn anders wäre solch plötzliche Loslösung nicht möglich gewesen. All diese Zitate und Beispiele bezeugen die grandiose Stellung der Vaishnavas als Krishnas mächtige Generäle. Indem man ihnen vertrauensvoll dient, wird alles Unreine schnell vergehen und die seltene Krishna-Prema kann sich entfalten.